Servus und willkommen zu Mission 5. Es ist wieder Samstag und wir müssen reden über die Krise, die partout nicht kommen möchte, warum die Bärenmarkt-Rallye weitergehen könnte und wie sich unsere Random-Depots geschlagen haben. Was stimmt eigentlich nicht mit den USA? Da will die Realität partout nicht machen, was das Drehbuch eigentlich schon seit Monaten vorsieht. Man könnte ja auch anders sagen, stell dir vor, es ist Krise und keiner geht hin. Zumindest geht der DJ Paul nicht hin, der Chef der amerikanischen Notenbank FED, denn der will irgendwie partout keine Krise sehen, wie wir die Woche, das war natürlich seine große Woche, gesehen hat. Es stand wieder an, die Zinsentscheidung der FED, ihr habt es alle mitbekommen. Wie erwartet hat die FED die Zinsen nochmal um 75 Basispunkte angehoben, erneut. Viel spannenderes Thema war natürlich die Rhetorik, deutet sich mal irgendwie sowas wie eine Zinspause an oder bleibt er im harten Falken-Modus sozusagen. Da gab es dann mal so ein ganz kurzes, für ein Stündchen oder eine halbe Stunde, so ein bisschen Hoffnung. Denn die FED hat angekündigt, immerhin, dass man vielleicht auch mal ein paar kleinere Zinsschritte macht. Das hat die Börse natürlich erstmal wohlwohlen quotiert und gefeiert. Allerdings hat er natürlich auch mehr oder weniger angekündigt, dass der Zinsgipfel eher höher sein wird als bislang angenommen, und zwar jetzt bei 5%. Er bleibt also in der Sache hart. Die Inflation muss bekämpft werden und die Rezession nimmt er natürlich damit auch in Kauf. Es ist nicht völlig überraschend, wir haben ja letzte Woche auch so eine Bloomberg-Umfrage gehabt, die hat ehrlicherweise genau so ein Szenario gemalt, dass wir erstmal nochmal einen großen Schritt kriegen, dann nochmal zwei kleine und dann irgendwo uns bei 5% oder wahrscheinlich so knapp über 5% einpendeln werden. Damit ist das zarte Pflänzchen Hoffnung eigentlich schon wieder kaputt getrampelt, dass die FED vielleicht tatsächlich öffentlich schon mal darüber nachdenkt, zumindest eine kleine Zinspause einzulegen und mal zu schauen, ob das alles so wirkt. Das ist natürlich auch nicht so ganz überraschend, denn tatsächlich waren die Konjunkturzahlen zuletzt, vor allem auch letzte Woche, wieder gar nicht so schlecht. Vor allem der Arbeitsmarkt zeigt sich nach wie vor ziemlich robust, wie wir am Freitag gesehen haben. Und zwar ist tatsächlich zwar die Arbeitslosenquote überraschend quasi etwas stärker gestiegen als erwartet, auf 3,7%, was aber irgendwie, ihr seht das historisch betrachtet, nahe an der Vollbeschäftigung ist. Ganz interessant ist, dass die neu geschaffenen Stellen zumindest nach diesen ersten Schätzungen doch deutlich höher ausgefallen sind als ursprünglich erwartet. Damit fängt das Spiel im Prinzip schon wieder von vorne an und obwohl das nicht so wahnsinnig war, was die FED da gemacht hat, waren die Märkte doch überrascht von der Rhetorik von Powell. Das sieht man wie so oft ziemlich gut an den Renditen der Staatsanleihen. Die Zehnjährigen sind nach dieser kurzen Erholungsphase da die letzten Wochen wieder deutlich über den 4%, mit 4,17%. Noch kräftiger war eigentlich das Anziehen bei den Kurzläufern. Die Zweijährigen sind mittlerweile bei 4,7%. Damit sind wir also schon wieder auf Jahreshoch, haben also das letzte Hoch schon deutlich überschritten. Also das Signal von den Bond-Märkten ist damit irgendwie eigentlich relativ klar. Sie rechnen alle nicht mit der schnellen oder baldigen großen Wende. Auch S&P und Dow waren ja Donnerstag, Freitag, sagen wir mal, eher so durchwachsende Reaktionen. Und es gilt dann natürlich das alte Sprichwort, don't fight the FED, oder in dem Fall muss man ja sagen, leg dich nicht mit der DJ Powell an. Und damit sind wir schon bei Money Radar, wo wir mal ein bisschen schauen wollen auf die wichtigsten Daten und Fakten, die die Märkte so treiben. Neben der FED-Entscheidung oder der Rhetorik von Powell war das natürlich vor allem der US-Arbeitsmarkt. Aber es ist natürlich auch noch Berichtssaison, die Quartalszahlen stellen an und die treiben die Kurse im Moment natürlich am meisten hin und her. Wir haben ja letzte Woche schon so eine erste Wasserstandsmeldung abgegeben. Da war allerdings noch relativ viel offen. Jetzt wird das Bild ein bisschen klarer, denn wir sind bei knapp 80% der S&P 500 Unternehmen, die ihre Zahlen zum dritten Quartal gemeldet haben. Immerhin, das Bild hat sich nicht wirklich dramatisch verschlechtert, obwohl es auch natürlich ein paar böse Überraschungen gab. Ihr seht es hier, bei 79% der Unternehmen, die gemeldet haben im S&P 500, hat sich die Zahl derer, die die Prognosen verfehlt haben, nur marginal erhöht. Da sind wir jetzt bei 23%, 71% haben die Prognosen geschlagen und sechs genau die Erwartungen des Marktes getroffen. Allerdings, das muss man natürlich auch sagen, hat die ganze Sache einen Haken. Wie schon im zweiten Quartal wird das Gewinnwachstum im Index tatsächlich im Moment vor allem von den Energieriesen getragen, wie jetzt eine neue Analyse von Bloomberg zeigt. Rechnet man nämlich die Energiewerte raus aus dem S&P, wäre der Gewinn des zweiten Quartals in Folge sogar zurückgegangen. Aber sie sind ja nun mal auch drin, so steht immerhin ein Mini-Plus. Würden sich die Öl-Multis also im Moment nicht so die Taschen voll machen, wäre, was den Gewinn der Aktie angeht, der S&P 500 formal schon in der Rezession hiermit. Ganz interessant natürlich, die letzten Wochen durch die Quartalszahlen haben sich die Erwartungen für das vierte Quartal und auch vor allem das erste Quartal nächstes Jahr dramatisch nach unten korrigiert. Anders als noch im dritten Quartal geht nämlich jetzt plötzlich die Erwartungshaltung deutlich zurück. Sieht man hier recht schön, wenn man quasi auf die hellblaue und die dunkelblaue Linie achtet. Die hellblaue Linie ist die Schätzung noch vom Anfang Oktober und die dunkelblaue jeweils die Schätzung aktuell. Und dann sieht man relativ gut im nächsten Quartal und dann auch im ersten, zweiten und auch dritten Quartal kommenden Jahres, wie sich das doch recht dramatisch nach unten verändert hat. Immerhin für den S&P rechnet der Schnitt laut Blumenberg für dieses Jahr noch mit einem kleinen Wachstum von 4,4 Prozent. Aber der Margendruck ist im Moment relativ hoch, sodass da noch deutliches Downside-Potenzial herrscht. Das ist im Prinzip die zweite große Welle der Anpassungen nach unten, was den Gewinn angeht, wenn man das so sieht. Klar, im Sommer, im Juni, Juli vor allem, sind die Prognosen fürs kommende Jahr und auch für dieses Jahr drastisch gekürzt worden. Dann gab es so eine Stagnationsphase und jetzt die letzten zwei Wochen sind die Schätzungen nochmal richtig dramatisch nach unten angepasst worden, wie man hier so schön an der blauen und der orangenen Linie sieht. Auch da nochmal ganz interessant, wenn man die Energiekonzerte wieder rausrechnet aus dem S&P, dann sind wir jetzt auf dem Niveau, was die Schätzungen angeht, von Jahresanfang. Der Citigroup-Stratege Robert Buckland rechnet daher damit, dass die globale Gewinnrezession gerade erst so richtig anfängt. Und das wäre das achte Mal in den vergangenen 50 Jahren. Und im Durchschnitt haben die letzten sieben jeweils zwei Jahre gedauert und die Gewinne sind Index quasi über die Breite gesehen um 31 Prozent jeweils gesunken. Wobei auch der Citigroup-Stratege eingesteht, dass zumindest fürs kommende Jahr mittlerweile so die sechste Woche in Folge die Gewinnschätzungen im Konsens runtergenommen wurden und für das Jahr 2024 sogar schon 19 Wochen am Stück. Auch Dr. Jens Erd bleibt im Moment bei seinem etwas pessimistischeren Ton, ist vielleicht sogar nochmal ein bisschen molliger gewonnen, sage ich jetzt einmal, denn er ist ganz klar in dem Lager der Befürchter, dass die FED zu lange auf der Bremse bleiben wird. Denn eine wichtige Anzeichen für eine Abkühlung gäbe es aus seiner Sicht nämlich längst genug. Er verweist vor allem auf den jüngsten S&P-Einkaufsmanager-Index, doch ein relativ wichtiger Früh in die Karte. Der ist im Oktober nochmal gesunken und ist jetzt den vierten Monat in Folge unter der Marke von 50, unter der der Index also eine Schrumpfung der Wirtschaft anzeigt. Tatsächlich ist die Notenbank aber so stark aus Washington unter Druck, die Preise möglichst schnell auf zwei Prozent Zuwachs zu drücken, dass trotz aller wirtschaftlichen Vernunft noch nicht an eine der tatsächlichen Wirtschaftslage angemessene, langsamere Bremspolitik zu denken ist. Im Moment sieht die Notenbank nur auf die Inflationsrate, ein Vergangenheitsindikator, der keine Aussage über zukünftige Entwicklung gibt und nicht auf den Arbeitsmarkt, der früher oder später wahrscheinlich im Blickpunkt der Notenbank stehen wird. Da schließt sich natürlich die Frage der Woche an. Was machen wir aus dieser Gemengelage, aus sinkenden Gewinnen, Notenbanken auf der Bremse und sich deutlich eintrübenden Frühindikatoren? Eigentlich ist es ja traditionell die beste Zeit des Jahres, saisonal bedingt. Normalerweise erfahrungsgemäß eine richtig gute Zeit. Und diese Woche, also jetzt in der kommenden Woche, stehen noch die Midterms an, also die Zwischenwahlen in den USA. Und tatsächlich, eigentlich hat die Börse seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in diesem Jahr nie das Jahr mit Minus, zumindest ab den Midterms, beendet. Aber wie immer gilt, was heißt so eine Statistik schon? Für Erd, unser Team ist nach wie vor eine Bärenmarktrallye drin, bis Jahresende gar kein Thema. Er favorisiert eher die Value-Werte, die ja zuletzt auch schon relativ gut gelaufen sind. Auch Ölaktien findet er nach wie vor interessant und auch Pharma- und Medizintechnikwerte. Mittelfristig malte aber mittlerweile ein eher dunkleres Bild. Wir befanden uns zumindest seit 2003 global in einer Börsenentwicklung, die bis März dieses Jahres durch ein sogenanntes Goldilocks-Szenario kennzeichnet war. Also eine Situation, in der schlechte Konjunktur, verbunden mit tiefer Inflation, die Notenbank immer wieder veranlasste, die Konjunktur zu stimulieren. Diese Konjunktur- und Inflationssituation der letzten Jahrzehnte ist aber heute nicht mehr gegeben, sodass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir inflationsbedingt auf eine längerfristige Periode schwachen Wachstums, verbunden mit fehlender Stimulierungsmöglichkeit der Notenbanken, zusteuern. Die Strategen von JP Morgan waren uns schon mal sicher, als habe ich vor der Bärenmarktfalle, rechnen aber dennoch bis Jahresende mit einem Jahresendspurt. Und zwar könnte die Gegenbewegung nach den Tiefsten im Oktober vor wenigen Wochen tatsächlich bis auf so 4.100, zwischen 4.100 und 4.200 Punkte hoch marschieren, wenn die Inflationszahlen ein bisschen softer sind, als zu befürchten steht. Schafft es der S&P nicht über die 3.900, was ja neulich so ein bisschen dieses kleine, kurze Zwischenhoch war, ist dann so die nächste Unterstützung wieder auf dem jetzigen Niveau bei ungefähr 3.700. Also so gesehen würde nicht viel passieren. Und damit sind wir beim Inside dieser Woche und vor allem unseren Random-Depots. Ihr habt in letzter Zeit, oder es gab ziemlich viele Anfragen dazu, wie die sich wohl so geschlagen haben, für alle, die es nicht mehr wissen, wir haben letztes Jahr im Dezember und das Jahr davor im Dezember zweimal ein Zufalls-Depot zusammengebastelt, also immer aus einem Universum von 6.600 Werten weltweit, ein Excel-Sheet gebaut und per Zufallsgenerator daraus 15 Aktien gebildet. Und wir schauen uns mal das zweite Depot an, also das, das wir im Dezember 2021 entworfen haben. Und das Trauerspiegel schauen wir uns mal an, hier schwarz auf weiß. Das war ziemlich asienlastig und vor allem china-lastig und entsprechend bescheiden hat es abgeschnitten, weil von den 15 Werten sind gerade mal zwei seit Dezember im Plus. Der Rest ist ziemlich gut im Minus und wie ihr seht, teilweise recht heftig im Minus. Insgesamt steht da ein Minus von 24 Prozent. Und damit hat es nicht wirklich gut abgeschnitten, denn es hat immerhin den Nasdaq-Index geschlagen. Ansonsten die anderen führenden Indizes S&P 500, DAX, MSCI waren seit Dezember deutlich besser. Ja, zum Glück hat keiner Haus und Hof auf das Ding verwettert oder irgendwas rein investiert. Schauen wir uns mal das erste an, also das erste Random Depot, das 2020 im Dezember entstanden ist. Das war nicht ganz so asienlastig, hat nicht ganz so viel chinesische Werte drin. Und sieht deswegen auch deutlich besser aus in der Performance. Vor allem war das, ich sag mal, bis Frühjahr noch vor fast allen großen Light-Indizes unterwegs. Also das hatte tatsächlich eine relativ deutliche Outperformance. Die hat es jetzt mittlerweile wieder ein bisschen eingebüßt, wie wir sehen. Immerhin stehen wir seit Dezember 2020 noch im Plus. Das ist doch auch schon mal was wert. 4,17 Prozent sind das immerhin noch. Obwohl es da auch den einen oder anderen fiesen Verrecker drin gibt. Also es sind, glaube ich, zwei Penny Stocks, wenn ich das richtig sehe, mit Freddie Mac und Salpam. Mit dem 4% Plus in knapp zwei Jahren ist das Random Depot 1 nicht mehr an der Spitze. Im Frühjahr war das ja, glaube ich, noch sechs oder sieben Prozentpunkte vor allen, also vor den besten größeren Indizes. Jetzt im Moment ist der Dow tatsächlich das gute alte Flaggschiff Amerikas vorne mit einem Plus von 6,5 Prozent in den knapp zwei Jahren. Dann kommt das Random Depot und dann kommen erst so die ganzen anderen und natürlich abgeschlagen hinten die Nasdaq, MSCI World. Immerhin, die Indizes hat auch Random Depot Nummer 1 tatsächlich nach wie vor geschlagen. Unser Highlight der Woche, ganz klar, die Mission Money kommt nach Hamburg. Also alles anschnallen und festhalten. Am kommenden Samstag sind Matzi und ich auf dem Börsentag in Hamburg zu Gast. Wir haben da so ein kleines Ständelchen. Also wer Langeweile hat, nichts zu tun hat, kommt vorbei. Ich glaube, der andere ist frei. Wir werden ein paar Interviews drehen, haben wir schon ein bisschen was ausgemacht. Es gibt auch ein paar spannende Vorträge, was ich so im Programm gesehen habe. Und ganz klar, für unsere Mission Money Community werden wir das ein oder andere Kaltgetränk auf dem Stand haben für euch. Also wer da nicht vorbeikommt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Unser Highlight Nummer 2 kommt am Dienstag um 17 Uhr und zwar auf unserem Kanal. Wir haben ein spannendes Interview heute am Freitag gedreht zum Thema Immobilien. Platz, die Immobilienblase, was passiert mit den Preisen, wann kann man wieder kaufen, wann sollte man die Finger davon lassen. Also 17 Uhr, Dienstag, nicht verpassen. Natürlich darf Money intern hier nicht fehlen und damit der Verweis auf unseren wunderbaren, kostenlosen Newsletter. Und die sagenumwogene Aktienanalyse von Matze, der Mann, der hier hinter der Kamera ist und für euch Woche für Woche eine Aktie analysiert. Diese Woche am Dienstag im Postfach ist Elphabet. Und wer zu faul zum Lesen ist, kann das Ganze am Sonntag, also sprich morgen ab 12.30 Uhr schon als Podcast hören. Ansonsten am Dienstag dann im E-Mail-Fach anmelden. Könnt ihr euch wie immer für den Newsletter, er ist komplett kostenlos unter www.mission-money.de. In der nächsten Woche könnt ihr wieder entscheiden, es soll sein Nintendo, Take-Two Interactive oder Roblox, also das Gaming-Thema. Abstimmen könnt ihr bei uns in den Insta-Sorys ab jetzt quasi, Samstag und Sonntag. Und dann gibt es in der Woche drauf die große Analyse. Bleibt am Ende natürlich euch nur noch ein schönes Wochenende zu wünschen. Macht's euch gut, lasst euch nicht stressen, lasst euch nicht unterkriegen. Auch am Montag wird die Sonne wieder aufgehen und die Aktien irgendwann auch mal wieder steigen. Macht's gut, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.